Aufbau eines Filmsarchies für die Nachwelt. Werden interessiert es? Rechner kaputt. Kennen Sie sich mit Computern aus? Ich habe einen Computerladen, wo ich Computer repariere, hauptberuflich. Was denkst du denn von mir? Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf diesem wunderbaren Beschissen ins Weltkanal. Wir sind heute hier, um PCs zu reparieren und zu bauen und verwirrt zu sein von den Leuten. Wir haben hier den nächsten Auftrag von Real Cheese. What the f... Wo ist die Nachricht von Real Cheese? Diagnose stellen und reparieren. Okay. Fehlersuche ermitteln. Schalte... Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Schalte in den Computer. Probe halber ein und finde heraus, was passiert. Häufig gibt es schon ein paar Informationen im BIOS, wo... Ja, so im Pfeffer liegt. Ist doch kein Sprichwort. Falls erstmal gar nichts passiert, leghe ich das möglicherweise an einer schadehaften PSU. Pause-Supply. Wenn das Problem weiterhin besteht, prüfe die Komponenten auf Komponenten, bis sie schaden identifiziert. Ja, 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 ja. Machen wir mal. Wir machen den mal einfach an. Wo ist der Fehler? Na, wo ist der Fehler? Keine GPU gefunden. Oder ist er verbaut? Oh, ich habe bei dem einen Bild vergessen, dass sie da neue Kabel reinhaben wollte. War das die? War das was schon? Darf ich gerade... Eigentum von der? Hä? Das ist ja ein Witz. Und ihr müsst das ja eigentlich jetzt laden können. Fehler, keine GPU gefunden. Keine CPU gefunden. Wo ist Peter? Kaputt. Scheiße, aber ich habe dieselben nicht mehr. Dann hauen wir jetzt einmal mal schnell hier im Shop rein. Auch eine weitere von denen. Okay, hier komme ich mich darum später. Und hier war CPU aufrüsten. Da habe ich auch nicht richtig gekauft, glaube ich. Wie kommt man eigentlich ins Inventar? Ich glaube, hier drüber nur. Äh, Prozessoren. Wo sind Prozessoren da? 1500 war das aber. Ich glaube, ich habe jetzt den falschen Bestellten. Nee, das ist der richtige. Perfekt. Soweit. Müssen wir dann schon mal die nächsten Aufträge annehmen. Mal den PC aufrüsten. Warte mal. Haben Sie Zeit, mein Computer aufzurüsten? Ich benötige 60 FPS in A Tufu's Boyfriend, A School of Hope and Wide Wings. Was? Könnten Sie bis zum 30.01.2018 in zwölf Tagen erledigen? Vielleicht habe ich einen falschen Link angekriegt. Ich mache mir Sorgen wegen Gebrauchteilen. R. In dem Sinne würde ich sagen F. Annehmen. Also, das ist jetzt die Mindestentforderung. Muss ich erstmal herausfinden. Muss ich dann schon anscheinend mit Will It Run? Ich werde mir das jetzt auch mal mit Cloud Notes aufschreiben. Äh. Theke. Will It Run. W.F. War das? Ähm. Was hat der gesagt? 60er bei Tram bis morgen. Matilda. Matilda Staub. Burn. Neu. Alles brandneu oder nur. Ich glaube ich Team Group. 166. Daktor. Kriegt das hin? Team Group 266. Ich habe noch einen da. Dann nehme ich den nur erstmal. Weil der ist ja nicht gebraucht. Hoffentlich. Oder? Speicher. Ich möchte nur Neuware. Hol ich halt noch einen. Äh. Ja. Dota 2. Dota 2. Hey. Mein Rechner ist. Mein Rechner ist seinen Aufgaben nicht mehr gewachsen. Was ich unbedingt will. Was ich unbedingt will. Das Dota 2. Darauf läuft. Was halten sie von dekorativen Kabeln? Erst neulich habe ich ein paar richtig tolle Grundstoff-Schwarz-Kabel gesehen. Ich bin recht toll. Ich bin vielleicht auf komischen Seiten beim Surfen gewesen. Ja. Geiger. Viren. Kabel. Schwarz. will it run dota 2 annehmen stromrechnung unsere stromrechnung ist 96 dollar neue teile neue teile neue teile bla 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 und das mal alles angenommen hoffentlich shop auf bestellen klicken jetzt kaufen bestellung kriegt morgen ein dann bis morgen tag beenden jetzt wieder minus aber es sind einige grafiker an uns was angekommen wo haben cpu aufrüsten installieren von einem neuen prozessor zähler stockmann muss ich noch mal gucken ob die noch irgendwelche fans die neuen schwarz kunststoffkabel haben wollte aber die hat eigentlich custom kabel das oder hat die kasten kabel sailor stockholm eine innenrechnung habe ich noch nicht vorgenommen wäre das nötig gewesen richtiger knopf ich freue mich immer wenn das der richtige knopf ist ich glaube wenn das das system kann so nicht laufen installieren wärmeleitpaste installieren prozessor kühler beides derselbe aber ich bin ja verwirrt waren ja nicht weil er heute darauf das ist viel dieses spiel verwirrt mich auf jeder ebene ich bin komplett verwirrt diese leute verwirren mich dieses spiel verwirrt mich nicht mehr aber das war alles ne und auch noch wo ist noch ankabeln erstmal nuten zeitwand perfekt das muss ich noch als öffnet die freute abschließen machen wir das fressluft einmal durchgechern durch das scheiß ding das soll wohl reichen so 60 jahr bei drum aufrüsten ach das war matilda die hatte irgendwie noch so special wünsche staub und neuen rahmen speicher die erst mit den kabeln jetzt können wir wieder zumachen pc teile zu erlauben zu erlauben zu erlauben zu erlauben und wer tuten wir mal die mührer aber läuft ne perfekt kassieren die matilda das ist so weit oben, was ist denn hier los peripheriegerät, du hast neue peripheriegeräte im shop freigeschaltet, grüße mich aber gar nicht recht wenig, ein gare martin der wollte dota 2 spielen für mich relativ wenig mit deinen peripheriegeräten, perfekt, inreinigung heute nicht nötig, das sieht in ordnung aus Viren schwarz gabel, das heißt ich muss die scheiße doch aufmachen was sind da alles so schwarz gabel flexibler kunststoff, ach weißt du ist doch jetzt auch egal was juckt das denn, ich verstehe das nicht, wozu braucht man unbedingt so ein schwarzes kabel, who cares darüber, das ist zu kompliziert für mich, ich verstehe das alles nicht mehr muss noch will it run, ich kann nicht mehr reden hätte ich vielleicht in einem rutschen installieren können und dann neu starten wenn ich vielleicht nachdenken soll, hätte ich nicht wie immer dn dn d n d d dn d dota 2 war das ne weder geforce gtx und habe ich das so wie der weise noch da gtx 1060 6 gigabyte gtx 1060 war das 1060 gtx 9060 habe ich die nicht sogar noch da probieren sie einfach mal wird ja bestimmt in ordnung sein oder wollte der unbedingt neue teile der hat jetzt nichts davon gesagt dass es unbedingt neu sein muss ich bin gespannt ich zeige euch habe ich jetzt schon ein thumbnail für diese folge auf gemacht scheiße ich will das nicht installieren lass es nein will jetzt run geht doch der typ ist fertig wollte der auch viren haben ja da wollte viren haben haben wir das schon gemacht ja wir haben das schon gemacht pc teile ähm das hier perfekt nächster computer diagnostizieren was haben wir denn für ein problem Diagnosestellen reparieren PC-Ledbetriebssystem Diagnose erstellen Warte mal das war doch der für den wir keine CPU mehr hatten jetzt haben wir die aber wieder ne wir haben die wieder installieren PC da ich bin doch wirklich zu gar nichts in der Lage so Prozessor, Kühler den, den ja komm rein da rankabeln und wir haben es der PC müssen jetzt in der Theorie booten dann sind wir alle glücklich und dann ist das auch schon wieder abgehakt und wie war das Real Cheese Real Cheese Kassieren warte mal was war denn da noch bei Real Cheese ach jetzt ist das sowieso schon weg was haben wir denn noch da stehen Theke knuffig what the hell notes will it run wo sollte ich machen ich mach das jetzt einfach mal zusätzlich ich mach dem jetzt mal zusätzlich im Virenscan ich bin netter ich bin net wir wollen noch fertig werden heute noch ziemlich viele Aufträge come on spring an village run jetzt kommt der bedürmste name heartful boyfriend a school of hope and white rings mhm ram nur 2 gigabyte wir benauern aber vier für die Mindestanforderungen ich gehe mal davon aus das können wir ziemlich schnell beheben den ram haben wir noch ziemlich viel rumliegen äh speicher sag ich doch wir haben hier noch ein 8 da rumliegen das ist wahrscheinlich richtig das das Betriebssystem 8 gigabyte rein da Strom jetzt nochmal die Seitenwand wir wollen ja auch alles ordentlich hinterlassen wir sind ein guter Repair Service jetzt einfach nur überprüfen ob alles funktioniert hat ja da kann ich zufrieden sein ein bisschen sauber gemacht ist ja auch egal stell doch ab jetzt so ähm vom Theke war das jetzt hier PC Theke knuff ich alter deren Namen sind so durch Dota 2 so wir haben jetzt alle PCs durch jetzt müssen wir nur noch ein paar ähm neue Aufträge annehmen ich kann nicht mehr reden Aufbau eines Filmer hießt für die Nachwelt danke für deine Mithilfe ja wen interessiert sind Rechner kaputt kennen sie sich mit Computern aus ich habe einen Computerladen wo ich Computer repariere hauptberuflich was denkst du denn von mir wir sind so schlau die Leute das glaubst du gar nicht unglaublich mein PC ist kaputt letzte Nacht wollte ich ein Spiel spielen aber die 3D Models waren total verzerrt richtig unheimlich ich habe keine Ahnung was passiert sein könnte ich höre verwenden sie auch Gebrauchteile bei PCs habe ich noch nie gemacht aber bei mir bitte nicht neulich habe ich auf PC wäre ein paar von aufgefallen Kunststoff-Schwarz-Kabeln gesehen ach wie gerade der selbst ein Rahmen ersetzen Lass mich verarschen das ist der sehr komischste Auftrag den ich bisher gekriegt habe wir brauchen für den lieben Herren die Ginster neue Grafikkarte Grafikkarte ersetzen 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 das selbe nochmal kaufen Grafikkarte derzeit MSI GeForce kann man ja irgendwie rauskopieren MSI GeForce 9060 Gaming G2 Le ich habe es jetzt schon wieder vergessen professionell ähm 90 60 90 60 90 90 ich habe auch nur die 90 80 ist jetzt ein bisschen blöd aber ich habe nur die 90 80 90 60 Gaming G2 Le Unlimited Edition natürlich gibt es die nicht mehr dann gibt es eine bessere hat der Glücksdach Alter wie viel kriege ich für den Job 400 ok das ist leider glaube ich nicht unbedingt drin die könnte sein nehmen wir die mal und ram ersetzen was hat er für ein ram dringer hat 8 gigabyte 2 1 3 3 also den billig gigabyte 8 8er 2 1 3 3 habe ich aber noch welche neuer habe ich aber noch 1000 stück 3d mark leistungswert 350 ja come on grafikate aufrüsten alter das ist wir holen das jetzt einmal grafikate aufrüsten was hast du in der zeit da wird auch ganz neue auf 8 gigabyte aufrüsten das kriegen wir alles gut hin speicher hauen wir den habe ich noch den nehme ich wir müssen ja keinem sagen dass sie gebraucht sind das merkt auch keine sauer aber bei einer grafikate kann ich es verstehen das budget lässt es ruhig zu dass wir eine der besten nehmen nächster tag annehmen brauche ich eine reparatur raum ersetzen mal ganz neue teile kannst du mich mal team group habe ich noch bestimmt da team group 8 gigabyte team group silva 8 gigabyte das ist nur solche nerven sehen die meine e-mails rumschwirren komm komm bestellt jetzt den schiesch so in dem sinne bände ich den tag und auch diese folge vielen dank auf jeden fall erstmal fürs zuschauen für die die es durchgehalten haben ach du scheiße leute abonniert diesen verdammten kanal und lasst ein like da wenn ihr bis hierhin zugesteuert habt verpasst ihr nämlich auch die nächste folge nicht übrigens hier bei einem hauptkanal da kommt noch besserer content als hier ich weiß das geht eigentlich gar nicht aber spaß tschüss